Willkommen zurück, Neverlone, Folge 6. Ja, wir haben unseren Polarfuchs verloren, haben aber bemerkt oder mitbekommen, dass er wiedergeboren worden ist, der Polarfuchs, in einer, ja, leicht abgewandelten Art und Weise. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir diesen Sprung jetzt schaffen. Ich schaue mal. Kleinen Moment. Oh, das tat weh. Wie ulkig er aussieht. Mit so einem Polarfuchs-Mändelchen. So, und wie auch im damaligen Leben, so auch im jetzigen, hilft der Polarfuchs natürlich dem kleinen Mädchen, die Reise weiter zu bestreiten. Aber was ist das? Nein, der böse Mann. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Äh. Uah. Äh, was? So, weiter geht's. La, 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 la. Bis jetzt halte ich eigentlich ganz gut die Stange, besser wie beim allerersten Mal, damals. Was, was? Was, 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 was? Hallo? Oh, Gott sei Dank. Ich hab uns schon wieder irgendwo gesehen da. Oha, oha. Das, ich wollte, das glaube ich jetzt nicht, ne? Das war jetzt wirklich ein Spielfehler. Das gibt's doch gar nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Voll der Spielfehler. Komm, lauf. Lauf, 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 lauf. Wow, 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 wow. So, auf geht's. Komm, das packen wir, das packen wir. Wow. Wow. Nein, 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 nein. Hallo, hallo, hallo. Final-Boss-Kampf jetzt. Hallo? Hallo? Was machst du denn da? Sag mal, was, was? Ich kann nicht zielen gerade, ich weiß nicht warum. Ah, jetzt. Was ist das denn? Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Wäre ich mal am besten da oben stehen geblieben. Wäre, glaube ich, das Beste gewesen. Kann ich mich im Wesen noch hin und her bewegen. So. Ja, hallo. Ey, ist voll auf die Birne gefallen, hab ich genau gesehen. Ach so, wir müssen ihn da hin. Ah, okay. Alles klar, verstehe. Ja, 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 jetzt verstehe ich. Final-Boss-Match gegen den schwarzen Mann. Finish him! So. Müssen wir mal schauen. Vorsicht, Vorsicht. Ich weiß nicht, wie wir das überleben werden, aber ich hoffe es mal, dass wir es überleben werden. So. Yeah. Und das war's für ihn. Für ihn war das das Ende. Aber ich glaube, für die beiden noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Müssen wir jetzt hier lang? Ich glaube, ja, ne? Ja. So. Der schreckliche Mann. Den schrecklichen Mann haben wir besiegt. Endlich. Es wurde auch mal Zeit. Er ging darauf zu und sah, dass der Schneesturm aus irgendeinem Grund von einer kleinen auf die der Tundra auszugehen schien. Von einer kleinen Aue in der Tundra auszugehen schien. Wow. Wow. Ganz schön heftiger Schneesturm jetzt gerade. Oh, der schlägt schon wieder mal heftiger und heftiger. Wow. Okay. So, ganz langsam schreiten wir voran. Lieber einen Moment warten. Uah! Alter, komm, das war der jetzt... Was ein Fail. Ich schaff's. Jeder andere Let's Play hat das jetzt weggeschnitten, aber ich nicht. Das gibt's nicht. Jeder andere hätte das geschafft, nur ich beim ersten Mal nicht. Natürlich schaff ich das beim ersten Mal nicht, ist klar. Wow. Nein, ach, komm. Ey, das ist so hohl manchmal. Entschuldigung, aber das ist echt... Ich meine, so toll das Spiel auch sein mag, aber manche Sachen sind echt zu dumm. Ja, komm, steh auf. So, jetzt muss ich... Jetzt muss ich kurz gucken, hier wegen dem Schneesturm. Oh, jetzt mit dem Schneesturm springen, genau, so. Nochmal warten. Nochmal kurz warten, so, bis der uns den Rücken fällt. Jetzt, sehr schön. Endlich, Gott sei Dank. Na. Er hörte und hörte einfach nicht auf, der Schneesturm. Und er wurde immer schlimmer. What? The fuck is this? Ist es der böse Mann? Gut. Und er war. So, wie wir jetzt das? Verwời. isme. Die Zeit habe ich mit dem Begriff zu verhindert. Das war die Zeit wie ich hier sind. Die Zeit habe ich mit dem Begriff aufgewertet. Die Zeit haben sich mit dem Begriff aufgewertet. Wir haben die Ursache des Schneestürms gefunden. Ist ja unglaublich. So, weiter ging das Abenteuer für die beiden. Puh, ganz langsam. Okay, verstehe. Uah. Nein, nein, äh, was mach ich denn? Okay. Ganz langsam nochmal von vorne. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Na. Hallo. Oh, was... Jetzt mal ganz ehrlich, was macht sie da? Wow. Wow. Ah, okay, verstehe. Jetzt werden wir wahrscheinlich da auch hinkommen. Oder auch nicht. Ich hab keinen blassen Schimmer, wenn wir da hinkommen sollen. Ah, doch. Moment. Just a moment. Uah. Doch, jetzt. Tja. 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 Und sie halfen sich anscheinend aneinander wieder. Wow. Wow. Okay, das war ein Bug. Da bin ich ein bisschen am Pixel hängen geblieben. Ein klein wenig am Pic... Wow. Ein klein wenig am Pixel bin ich hängen geblieben. Klar, Moment. Just a moment. Ah, jetzt. So. Nein, hier lang. Hier lang. Hier lang. Komm, hier lang. Hier lang. Hier lang. Genau. So. Sehr schön. Speicherpunkt, das ist super. Uah. Und er krümelt sich wieder ein, der kleine Polarfuchs. Das ist ein bisschen... Ja, jetzt muss ich mal kurz schauen. Moment. Ich glaube, ich weiß wie. Ja, ich glaube, ich weiß wie. Uah. Na? Was ist denn? Damn it. Das ist sehr, sehr merkwürdig gerade ein bisschen. Teilweise. Teilweise ein bisschen... Bisschen buggy, bisschen laggy. Uah. Ach komm. Das war doch schon so gut wie gewonnen. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Lalalalalalalalalalalala. So, jetzt nochmal auf ein neues. Einmal darüber. Dann andere Seite. Klein Moment. Moment. Ja. Sehr schön. Wunderbar. So, wie soll jetzt sie da... Ah, okay. Alles klar. Ich bin ganz ehrlich. Der Polarfuchs möchte ich aber auch nicht sein. Oh. Da müssen wir hoch. Ist ja unglaublich. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann auch noch an den Hammer. Nee, oder? Oh. Uah. Fail. Epic Fail. Also, wie gesagt, jeder andere Let's Player hätte das vielleicht rausgeschnitten oder so. Aber... Weil, ich sag mal, so Let's Plays leben ja von... Von den Fails. Die Leute wollen das ja sehen. Ich bin einfach zu doof dafür. So. Ich bin einfach zu doof. Ja. Uah. Uah, nein. Ich bin zu spät gesprungen. Und ihr endet unsere Geschichte. Natürlich nicht so. Also, auf ein Neues. Oh, da... Oha. Das ist aber fies. Hallo? Und jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch manchmal so... Oh. Achso, ich muss sehen. Ah, okay. Ah, ja. Und wie soll ich da hinkommen? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie soll ich da bitte hinkommen? Mit Schwung vielleicht? Ja, aber nicht so. Mit Schwung. Ja, sehr schön. So, jetzt nach oben einmal bitte. Sehr schön. So. Die Hidik-Hangina, Hoca, Ule Mauta. Ich warte. Na Lunaitchok. Ich glaube, er sieht uns. Oh, oh. Hallo? Hallo? Es flittert nicht auf. Doch, jetzt. Äh. Uah. Hallo? Steh auf, steh auf. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Irgendwie bin ich hier oben nur weggeflogen. Ich würde sagen, mit den spannenden Szenen entlasse ich euch jetzt gleich erstmal in einer weiteren Folge. Ach, wirst du was? Ich mache noch weiter eben. Wow. Los, 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 los. Äh. Hallo? Achso. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Und wo lang jetzt, bitte? Okay. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wo soll ich hin? Ich kann es nicht erkennen. Das ist das große Problem gerade, was ich habe. Vom Winter würde ich sagen, nach rechts. Ne, das war falsch. Das war definitiv falsch gewesen. Ähm. Ist vielleicht doch links rum? Oder vielleicht... Ah, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Während der große Mann Schnee schaufelte und einen Schneesturm nach dem anderen erschuf, rannte er mit der Dechsel davon. Doch der große Mann sah ihn, als er die Dechsel nahm und damit weglief. Ich würde sagen, das machen wir in einer weiteren Folge. Let's play never alone. Bis demnächst. Ciao. Ciao.